hey boys and girls, ein risky versuch heute mal ohne zu gucken ob der ton geht einfach hoffen dass der ton geht ah no wir werden wir werden es einfach rausgehen oder herzlich willkommen zum rom 9 listen wir haben es mittwoch den 21.12.2022 und wir haben es 13.18 wenn ihr da seid na habt ihr einen schönen tag gehabt ich hoffe ich hoffe ich muss sagen von mir war ganz cool muss ich sagen ich habe allerdings mit dem letzten stream gehabt ja remember an den letzten stream weiß ich ob er dabei war wir haben das fernsehprogramm in dem in hier in unserem haus geguckt und dort liefen den film bloodharvest dabei hieß er und das war actually ein echter film ja und meine grüße aus lübeck grüße nach lübeck zurück schubi willkommen willkommen ja wie geht's dir weil hier war lief der film bloodharvest dort in dem im fernseher in dem wohnzimmer in unserem haus wo wir ein bisschen zuguckt und so hat es jetzt wirklich ein echter film haben die wir gegoogelt und haben geguckt so es ist jetzt wirklich ein ganzer film der hier gezeigt wird literally ein ganzer echter oder wo es nicht mit sollen nein es ist ein echter film problem dabei ist natürlich youtube fand es natürlich nicht so toll dass wir jetzt auch schon von den filmen ich habe und wir haben das video gesperrt verständlicherweise weil you see and fucking film ja und das musste ich ja den stream halt die entsprechende stelle wo man das sieht raus stellen ist natürlich ziemlich zerkattet und bisschen weird weil jane rausfällt aber i mean besser als wenn es gar nicht da ist und kontextiert also wundert euch nicht wenn warum der stream vom letzten mal so komisch aussieht oder komische katzen hat ich hab's noch mal in die beschreibung gepackt youtube fand es nicht so cool verstehe ich auch absolut ich meine es ist ein echter film aber ich hätte nicht gedacht dass das das konnte die doch die technik weiß ich ja nicht holen auf den fernseher in dem spiel mit meinem gelaber drüber ja konnte eddie ist crazy ja die sind nicht blöd gut das freut mich das freut mich wenn es so gut geht ja aber das soll uns nicht davon abhalten aber ich hätte eigentlich automatisch einen neuen titel wählen sollen so und titel gewählt so ich habe ihn bekommen ok ich habe jetzt das zeug mit einem verkäufer ich muss kaufen und zurückgeschickt habe aber kein geld zurück von ihm bekommen habe auch keine nahrer einfach zu bekommen weil ich sie kontaktiert habe also mal gucken ob ich das gelöst kriege hat schon wieder los irgendwie irgendwie ist die cam ein bisschen am am laggen hier oder sieht komisch aus oder und sind so klein aber jetzt geht es aber jetzt scheint es ist jetzt flüssig es scheint so oder durch die fremder zeit ja ist okay ist halt nicht super hoch aber da wird zwar warten ich würde mal herunter stellen wo möchte ich jetzt nicht mit rola gemacht so ein kopf wird ich bin so nicht mit dem controller und so wird es mir gesehen gehabt ja ja das ist mir scheiß egal Ja, Jonathan Scrander. Was ist er denn, Alter? Kämpfe gegen Jonathan Scrander. Ja, gerne, gerne. Was zum Fick? Yes, oh fuck. Shit. Ah, shit. Wait a minute. Okay, die Tante, ja. Meine Güte. Es ist nervig. Es ist ultra nervig, Alter. Guess what, buddy. Newsflash. Now you really piss me off. Ach komm. Was weiß. Ja, du bist nie, Alter. So, komm. Teleportoi. Hallo? Hey! Meine Maus ist aus. Geht doch nicht. Das ist nervig, ey. Shit. Das ist nervig gewesen, weil ich konnte mich nicht konzentrieren. Also schieß ich drauf, oder ich versuche mich rauszuzeigen. Bloß dadurch, dass ich immer mein Jetpack gebraucht habe, konnte ich immer nicht so gut ausweichen. Weil das war echt weird. Ah. Ich hab's geschafft. Ich dachte, ich kann mal reingucken, ob da irgendwas ist an Looten Arena. Jetzt hab ich's verkackt. Ah, das ist so. Aha. Ah, fuck. Aha. I'm Zen. Oh, shit. Oh, shit. Let's fuck shit up. fuck fuck man whew back in the saddle yeah yeah we fucking go Ja, schön. Wartbar ist voraus? Wo? Verdammte Scheiße. Du wieben Scouts? Ich muss ja nicht das weitergehen. Facken der Wegweiler. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, aber wir können dieses Portal nutzen, um zurück zu Blim, wenn wir wollen. Aber auch find Drudgeon forward. Was ist da? Die geht nicht auf. Der nervt mich nicht. Einen Scheiß, sicher. Meiner, warum trifft er denn nicht? Mistvieh. Ah, es ist gar nicht der Weg. Okay, ich dachte, was er ist. Ich dachte, du wärst mit mir fertig. Ich dachte, du wärst mit mir fertig. Ich bin ein Sniper. Die kleinen Pilzer. Ich bin ein Sniper. Ich bin ein Sniper. Ich bin ein Sniper. Ich bin ein Ich warst mit mir. Ich bin ein Sniper. Oh, f**k! ok was ist denn das jetzt hier, der wird gebaut oh ok oh man fiss dich hier, der Scharfschütze Kiste 14, sehr gut 28 ein bisschen am Wasser noch an Kisten zu looten ich muss jetzt hier einfach einen Punkt für den Loot oder was, wenn ich nicht richtig verstanden habe ich denke ich habe noch mehr Möglichkeiten hier hochzugehen, verstehe ok weird als der seine schwebeangriff gemacht hat also als seine Kuppen Schering aber der hätte einfach so machen können und einfach chillen können und schießen können aber verwendet jetzt später hallo Papi wie gehts, wie stehts hast du einen schönen Tag gehabt die war A aber ich hinde du wahrscheinlich auch ach ja weil dies Weihnachten ich hoffe fleißiger Weihnachtsmann und so bei dir ja ja und ich hoffe da war jetzt mal an hat Strom dass er nicht an mir anruft ich hoffe ich hoffe nicht ich hoffe aber wahrscheinlich ja aber ist es so ja ich sehe jetzt auch nicht der Weltuntergang äh ja geht hat er frei aber nur am Aufruhr gewesen nur am Aufruhr gewesen what das ist doch scheiße da kann man ja das frei gar nicht genießen und wo gehts jetzt eigentlich weiter das ist gar nicht mein Ziel hier oder da muss einfach ein optionaler Bereich für Loot oder was vielleicht oh oh okay okay interessant interessant finde ich muss morgen denken stimmt äh wollt ihr morgen noch helfen und einstellen darf ich nicht vergessen darf ich nicht vergessen ich bin nicht zu schwer bin ich ich bin ein bisschen selbstbewusst das ist du weißt du du hast mich immer immer wieder und oh Gott ich bin immer über das ich will nicht zu schwer von mir zu halten oder was halb so schlimm halb so schlimm halb so morgen noch mal frei bevor ich sieben drüber bin oh Gott sieben drüber bin ist auch kacke oder ich stell es mir anstrengend vor wenn du sieben drüber bist dann hast du auch längeres Stück frei dann oder dann hast du wenn drei Tage warst du frei oder eine Woche und wie ist es denn wenn du eine Woche durcharbeitest musst hast du eine Woche frei oder wie soll ich wie läuft das dann ab wenn du eine Woche frei hat dafür dann ist okay aber was wir machen ja Altenpflege ist generell das spielt mit der Arbeitszeit ich meine gut bei mir eine Bereitschaft ist auch nicht einfach aber ähm ich glaube es ist noch ein bisschen kackiger aber ey da haben wir sowas was was du gerne machst auch nicht denk ich mal ne ja zwei Tage ja ist jetzt auch nicht das geilste da das stimmt leider oh great yeah let's go into the toxic shit oh da können wir auch hier was sowas machen hi hi einfach abkürzen und ob wir gar nicht lange machen was jetzt luck mod diese Verstärkung gewirkt dass Gaskugeln in der Luft explodieren und zusätzlichen Flächenstand verursachen hilfreich wir schwitzt drauf jetzt hier geil alter alter ah nice ja aber ey das ist das wichtigste muss ich sagen das ist für mich das wichtigste nicht das Geld und nicht das die Arbeitszeit ist auch schon ne nice Sache wenn das gut wäre aber das wichtigste das das in die Arbeit Spaß macht dass man nicht einfach total einen Hass hat oder boah das ist eine Drecksarbeit äh das hat mir auch keinen Spaß gegen Motivation und wenn es einem trotzdem Spaß macht dann könnt ihr auch es scheint auch nicht ganz so geil sein ist nicht so schlimm ich finde man kann darüber so ein bisschen entdeck ziehen und ein bisschen grad noch aber aber uuuh uuuh ist für die nicht schon so war das nicht schlecht sie lassen seine Kinder rausschießen hier was ich bin gut zu gehen oh Gott oh Gott aber jetzt kannst du nicht so sagen ey ich hab ne aufgeräumte Wohnrohr nicht ok bist du bereit Partner? oh Gott Glück gehabt ey dass ich jetzt hätte ich das rausgeschoben aber ey wir wissen und aber gucken wir sie ob wir richtig richtig sind ich i 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 noch nicht ganz ich habe dich gerne wollte auch was ich habe wollte auch übergehen aber normal hallo sage kommt vielleicht später noch mal rein wenn du da bist ich 20 uhr ich habe dich auch gerne und soja papi viel spaß beim stream gerne gerne ja ja viel spaß bei ballerant spielen keine toxik maids und dann ja vielleicht bis see you later alligator jetzt habe ich auch gesprochen habe ich kann es doch noch ja 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 weiß nicht ob es richtig so mega fliegen Ah, maybe not. Ich glaube nicht, dass wir das werden sollen. Nein, ich glaube nicht, dass wir das werden sollen. Nein, das Spiel wird nicht, dass wir das werden sollen. Okay, wir müssen sterben. Ciao, Kakao. Ja, oder Ciao, Kakao. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Ich habe da keinen cooleren Spruch. Sad. Oh, Mist. Oh Gott, jetzt war Klaus. Oh Gott. Maybe it's dead to him, so? Ich weiß nicht. Nee. Wir sind schon hier rüber. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kann auch draußen auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, dass ich einfach fliege. Du weißt, wer weiß. Hallo. Wie geht's? Bist du weg? Ich habe doch eh gedrückt. Oder was? Eintritt nicht, aber ich habe gut gedrückt, shit. Das hat er mir nicht. Mehr Kartelle, gehen hier. Der Apfel ist geil, der Apfel ist ganz geil. Funny. Aber das ist nicht meine Schuld. Das war auf dich, und du war so einfach zu töten. Er ist effektiv? Nein. Oh, was ist denn hier? Aber hier ist eine Kiste. Die 16er von 80. Ne, ist nicht mehr. Ok. Oh, shit. Ist hier überhaupt kein Service drin? Oh, shit. Ist doch hier da. Meißen wir jetzt 6 Stück. Oh, schon mal ganz gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ja. Angela ist weg. Ich glaube, er ist aufgeregt. Tschüss, Angela. Das ist ein G3. Ja, schau mal. Ich weiß nicht, dass wir hier mal den G4 nutzen können. Oh, das ist ein G3. Der kann sein G4. Das ist ein G4. Ich weiß nicht, dass wir das hier ausgehen können. Das ist ein G4. Der kann sein G4. Der kann sein G4 nutzen. I guess the party isn't over yet. Ja weg mit dem, kleinen Boy hier. Spawned. Oh was? Oh shit! Oh was ist okay, bist du denn da? Oh shit. Woohoo! Hey guck mal hier. Sehr schön. Ja fürs Gas im Flak-Mod ist Gas echt nice, muss ich sagen. Den hätten wir eigentlich auch noch nicht haben sollen, den Flak-Mod. Also von daher, geiler Mod. Nur von den Wegen, die wir hätten dafür gehen müssen, um hier zu bekommen, hätten wir die Viecher noch gar nicht. Aber dann wären wir einfach da skillhaft langgegleiter mit dem Jetpack. Äh. Haben wir es aber doch geschafft, würde ich sagen. Ah, guck mal da oben. Das sieht aus wie ein Käse. Nice. Ich muss sagen, es war ein bisschen nervös in da. Du schnappst! Du schnappst! Du schnappst! Du schnappst! Scheiß Viecher! Ja oh man. Ey die im Shit sind echt nervig. Oh, das ist der Fall. Nice! Oh yes! Wir haben wieder eine Menge Karten dazu bekommen, ne? Sieht gut aus bis jetzt, sieht gut aus. Keine Lücke drinne. Das ist nice! Ich will schon mal zu bleiben ohne Lücke. Hier rein? Ne, okay. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Aha. Nice! Das hat auch wieder eine echt viel Schüsse, ey. Das Stück ist schon nice. Was sind denn hier? Oh, hier sind Menschen hier dran. Was sind... What? Oh, okay. Hey! You guys okay in there? Hey! They want us to bang, but she used to be my boss. Yeah. I was supposed to fire her, and then we all got abducted by aliens. Okay. Anyway, yeah, we're not attracted to each other. I mean, she's cool, but not my type. She is my type, but she's not cool. I'm all over this. Okay. Okay. Können wir sie irgendwie saven? Oder so? Wer, 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 wer... Let's save the homicidal urges for the bad guys, okay? We're gonna kill some time. Be free little humans! Be free! Oh nice. Den können wir jetzt nicht retten. Hey, müssen wir vielleicht wieder den Bereich verlassen, dass er nicht mehr gerendert ist. I don't know, vielleicht geht's denn dann. Dann hätten wir noch mal mit ihm reden können, aber war nicht gemacht. Ich hab jetzt mit uns entschieden, dass er sterben soll, oder was? Dann müssen wir direkt wegen dem das Feicht, der entladen wird. Hey, du musst nicht überall rennen. Du möchtest slow down and enjoy the scenery once in a while. Schau an das Place! Jetzt müsst ihr eigentlich ja... Wo ist das hier oben? Grün. Interessant. Die sind leider keine Kisten mehr. Schade! Du musst hier eigentlich ja entladen sein. Und jetzt mal gucken, ob es jetzt geht. Ich hab immer noch ein komisches Gefühl, dass im Kasten hier gar nicht ganz koscher ist mit denen, also mit den Menschen, die wir retten. Das ist dann nicht das bisschen, was uns damit versprochen wird, sondern einfach irgendwelche wieder Shit gemacht wird, die wir später rausführen und das... Mal gucken. Mal gucken. Ja, wir werden noch hinten aufs Unterplot. Ne, kann man nicht retten, okay. Ah, jetzt noch vielleicht schon manipuliert ist oder so. What, what, what what are you watching in there? Äh, I guess it's supposed to be porn, but it's like alien porn, so I don't know. I honestly have no idea what I'm watching. Das ist super weird. Okay, nein, nein. Oh, right. Ah. Nice. Nice. Hallo, ist man da? Hallo? Hallo? Hey. Da habe ich ja immer mehr Damage hier. So. Aber ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Mal, let's find that fucking Skrindle! Hm hm. Okay. Just a little reminder, I got some sick ass zips I can shoot. Will ich rein? Will ich reden oder so? Come closer, I don't bite. Okay. Ah, okay. Ah, nice. Die ist abgehört. Ja, sorry. Wir haben keine Essen. Aber warum kann ich nicht shoppen? Ich glaube, wir werden auf jeden Fall da hier sind, oder? Hey, uh, don't forget to use my Globshot, you know? Hey, asshole, we can see you hiding in there! No, you can't! Fuck off! Ah, ja. Ja, so ein Scheiß, ja. Der will sich besser durch, denke ich mal. Ich will, wie gesagt, eigentlich erstmal beim Einkaufen, was er so geiles für uns hat, aber... Ah, funktioniert halt nicht gerade, ne? Come right up, come right up, come right up! Mann! Shit! Äh... Wir müssen mit diesem Fight uns erstmal wieder... wegbekommen. Das Spiel sagt, Bruder, du musst erstmal jetzt campen. Aber wenn er genug weg ist, dann... findet er der Stahlsprecher und bekommt ja auch noch Musik wieder. Aber eigentlich ist es ja kein Fight! Von der Musik halt, oder? Eigentlich nicht, finde ich. Die Block uns hier oben rauf zu gehen, ich verstehe. Da ist der Boy, guck dazu. Die Block uns auch hin zu gehen, ich verstehe. Und da hinten ist die Öff... Ah, dann kommen wir später raus. Jetzt nimmt die Musik vorbei für den Fight. Hell yeah! Jetzt passiert irgendwer Spawn oder Gegner oder I don't know. Weil eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Möglichkeit hab, den Shop dann zu benutzen suchen. Und erst wenn ich... Ich dachte, wenn ich den Typen wieder eingreifen hab. Genau. Äh... Diese... Ich hab mir so einen Hälfte, ich könnte etwas aufzulockern. Äh... Mit einem Feuerladen. Schieß, habst du drei kleine Länges Ere. Aber... Wartig teuer, aber... Ich hab weitere... Äh... Schneller nachladen und ähm... Boah, das ist teuer. Hey, hör'n. Ich stelle die Hälfte. Können wir Essen kaufen? Können wir Essen kaufen? Können wir Essen kaufen? Wir sind in der Cafetäne? Ich hab mich... Ich hab mich... Ich meine, ähm... Percher... Ist das Mod für ihn? Ja... Mod für ihn. Thanks for buying stuff, even though it's not food. That really means a lot. Hä? Was macht das so Mod? Was du vor gelandet? Was ist das? Ah... Ah... Nice! Okay, wir müssen erstmal eine Timelader rummachen. Nice. Shit! Yes. 11! Scheiß, wieder weg. Back with you! Sporter einfach ging da durch und hakt. Jetzt geht's hier unten weiter. Was? Klar bist du vorgelaufen! Okay. Ah ja! Was? Angela's Scandal? Ja! 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 Ja. Du hast gesagt, du hast mir schuld. 4,3,3,4,1,2,2,2,4,1,2,2,2,3,3,2,2,3,2,2,3,2,3,1,2,4,1,2,1,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,3,2,2,1. Ja, hier noch der noch was, hör ihr, hön? F***er. Sport. F***er. 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 Woh ich bin. Fördlich. Historisch. Ok. Und dann ein bisschen ein F***er. Dann bin ich einen Knacken. Er ist fertig. Das ist es. Ja, ist es. Was? Er ist in die... Jesus, diese Kinder sind wie Cockroaches. Er ist da reingesprungen. Weiß ich nicht, was so gut ist. Da gehts weiter. Da ist nichts weiter da. Ist irgendwas versteckt noch? Wait a minute. Ah, guck mal, da ist was für Gas noch. Weiß ich nicht, ob es für ein Bossfight ist oder generell? Einfach generell, oder? Naja, es ist für ein Bossfight, aber bloß. Okay. Oh, da geht es. Nice. Na komm, Gas. Hallo, Gas. Na genau, war schon richtig so. Was ist denn? Was ist denn? Halt nur, wo ich... In dem Fall ist es, wo ich hier muss. Mal gucken. Was ist denn? 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 Ich habe Gas. Du kaltest und ich habe dich aufgenommen. Gibt es jetzt besser? Nein, wir kommen doch nicht auf. Schade. Was ist denn? Man muss da also unten mit dem Power Slider die... die... die Rutsche nutzen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wie, fuck you. Na, na. Was? Moana's Geld? Great, ich muss kurz was strecken. You're a tough fuck. Fuck I'm not much. We got one of you is pregnant. Looks like it's gonna take nine fucking months. Are you kidding me? How did you beat that up? Come on, you must know some shit. You're fucking from that goddamn world. I mean shit. Oh, was für damage, Gas, aber. Why are you flying with you, human? Come on. Gas, Alter. Geil. Oh, you beat me, you son of a bitch. Yes. Geil. Oh, wait. What? Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Okay. Okay. Drei zusammen. Bro-tron, der Bro-tron. Oh, shit. Die waren echt leicht, die Bosse. Yeah, that's right. We got a secret form. Let's see you try to take on all three of us and, you know, we were connected. No, no, no. It's fine. You guys do you. It won't be a problem for us, but we don't have a problem with it at all. We're cool. Back with A. Oh, shit. I bet I know more about fires than the weird ones. Shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck Fuck Oh shit Why you didn't put a support like that? Seriously It's like if I was sick and went to the doctor And one of you came out Or in the last hope I'd fucking bounce Yes Yes Oh shit Move 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 Oh shit he printed a few makeup Oh you are such a dumb shit I can't believe this Hey why are you even putting up a fire? You know you can't stop the screen No What are you doing? Shit That guy Shit 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 He's gonna fuck you up Shit Shit You dumb idiot Trying to fight Shit 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 I think that we won't do that I'm happy to serve you Please tell me how I can help! I love you so much! We're gonna crush ya! You might be able to stop one of us, but all three? No way! Okay, come on! Angela! Mona! Jonathan! Come on, come on! Okay, all of them! We're gonna kill you, dude! Good, dude! No, I'm not a player! Yeah, shit! I'm gonna kill you, I'm gonna kill you! I'm sure you're gonna kill me! Okay, I'm gonna kill you! die roten 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 was hat hier so hohe auslastung sie hat schon arghly aus aber die texturen und so heute jetzt hier oder was zum fick da ich hab was gefunden was das so reinkickt hier aber nö versklaven okay Ja, klar, okay. Ja, klar, okay. Ja, klar, okay. Ja, klar, okay. Ja. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Oh, okay. Ich will sie auch klärt an. Ähm. Ah, guck mal, was ist denn da? Ah, ist nice, was sehe ich denn hier? Eine Kiste. Ah, 22, 28. Ähm. Was war da hinten? Waren wir da schon gewesen? I guess, das war wahrscheinlich Abschnitt davor, oder? Hm, der hat aber die Menschen gerettet. Zum ersten Mal haben wir das Menschengefängnis gesehen, sag ich mal so, ne? Ja. Momenten, die Menschen Auffangstation, wie auch immer wir sie nennen wollen. Das Flakgeschütz von Gas ist aber unglaublich stark, in dem man Nahkampf ist. So, dicht daran ein ordentliches Treffen. So, warum ist denn die 3D-Belastung so krass gerade? Ey, ist das schlimm? Du bist wirklich auf Feuer, nicht wahr? Obviamente, du bist nicht so gut bei Bounty hunting, wie ich war, aber hey, ich bin gl- bei Bounty hunting. Ich weiß nicht. Das ist weird. Nice. 2K. Wir sind ja nicht. Wie fühlst du dich? vielleicht fixieren meine alten Bounty hunting-Ans? Vielleicht legen dich in sie, um ein Business zu machen? Ich meine, mein Name wird immer größer als dein, in der Logo, aber wir würden nicht kapitalisieren, auf deine größte Reputation. Das ist die Chance, der Vorschlag. Hey, ich bin Twig. Oh, das ist Twig. Oh, das ist Twig. Twig, you need to leave. Um, Lizzie says it's cool if I'm here. You're just gonna let this sack of shit eat all my friendalos and tongue kiss your sister. I'm the one who bought those fucking friendalos and leave Twig alone. You know he has a barbed tongue and he's very sensitive about it. I can go. No Twig, you're staying. Tell him he's staying. Look, he doesn't even love you. He's just after our house. It's our house. Exactly. Hey Twig. You gotta be careful around Lizzie. She's just gonna hit it and quit it. Real heartbreaker. I'd get up now while you're still in the green. And hey, you want a real lover? Talk to me. Do you have a galaxy to fucken? Come on, tell him to leave. Thank you. I appreciate it. But honestly, it's my house too. So I don't even know why I have to fight for this. I'm just so pissed at everyone. Not you Twig. I love you baby. Disgusting, look at this. They're not even the same species. Do you know how many holes he has? And they're all really advanced level holes. You really gotta take my nephew instead. His holes are more your speed. Shut the hell up, Gene. I am sick of your shit. All you do is sit on our couch and mope about how sad your life is. You're a leech trying to eat all of our friendalos. And you're the only family I have left to relive your glory days. Hey, your family's doing a great job. You know how hard it is to kill that many high-level bounties in such a short amount of time? I mean, it's done as fast as I could have done it. I know they're doing a great job and I'm proud of them. But I'm stuck here dealing with you all the time and you're fucking pathetic. Tell him how pathetic he is. Why aren't you answering? Yeah! No shit! I'm pathetic! That's my whole deal. I'm homeless and legless and probably riddled with mental illnesses, which I know for sure if I didn't think therapy was a fake idea. You don't need to rub it in. I'll rub it in all I want. You're like 80 years old. You can't take a little shit talking from a teenage girl. Jesus, I'm not 80. I'm 230. And that's really young for my species. I just don't want your creep boyfriend to steal my couch. What? You can call it your couch when you start paying rent. Until then, no complaining about who lives here. Lives here? He's gonna live here? I mean, if you think we're ready, Twig. Oh, yeah, sure. Hey, shut up, Twig. This isn't about you. Why? Because you're worried you'll have to share a cushion? No! Because I... Yeah? Because I'm concerned. You really know this guy. And it's dangerous out there for humans. Yeah, yeah, yeah. Oh, that's rich. And condescending. I am not an idiot. I know what I'm doing. You're cool with Twig moving in, right? Yeah, yeah, why not, why not. Good. Like I needed your approval anyway. This is a mistake. Oh, that's enough of this. Twig, let's go to the park. To... To kiss? Yeah. Anybody got a fucking problem with that? Sorry I said anything. Let's just get back to the bounty hunting. Can't wait to show you those new commercials. And Jill came tumbling after. Gary and Jill went up to crime. No! No, no! No copyright film. You know, it's not as messy in here as I would have guessed. It's not super clean though either. It's kind of just in the middle. This film. This film. I... Oh god. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es geht ja komplett. Es wird Grafik runtergestellt, es ist halt nennenswert nicht besser, also. Es ist halt weird. Macht halt keinen Sinn, wie es sinkt. Ich hab gleich die Grafik noch mal da runter, klar. Nee. Ja. Ja. Ich sehe also nur V-Sync. Wtf. Wenn ich V-Sync ausmache, sinkt die Auslastung von 97% auf 46, 40%. Und Rudi. Wie das. Also jetzt mal no shit, ne. Ich mach mal die wieder hier auf... sehr hoch. 500 lb. Wo ist Dyfus? Und er ist bereit, sich zu heiraten. Ah, der! Ja. Okay. 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 Okay, that's it. See ya guys. Bye. Oh fuck, we forgot to... Oh wait. Is there a number? Oh no. Oh no. We didn't get... No, we're good. Okay. Bye guys. Bye. Oh hey guys. What? 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 Oh yeah! Ja. Bitte. Perfektly legal business. Perfekt. Guten Tag zu dir, Food-Kustomer. Ja, danke, danke. Obwohl es immer noch drüber ist, ich staune echt, dass die Grafik so krass gesenkt hat. Das hat mir gar kein Problem mehr. Von fast 20 Millisekunden Renderzeit auf 10 oder 30 Sekunden hierher. Bild einfach. Ja, ja, klar, klar. Ja. Das ist doch sein Schiss. Das wissen wir als definitiv. Ich weiß, ob sich besser anzuglohnt oder sowas halt, ne? Wirklich mit... ...Poteinpulver an. Okay. Hier ist ne Karte. Weiß, wie viel kostet die? So, Alter. Bodyball in Luft. Schuhe. Ich suche eigentlich nen Rucksack. Äh, ne Trommel. Wie. But I don't... I guess I find some. was wait, what the fuck ich kaufe na, wie geht's hier steht ach, hau auf mit deiner ananas-pizza man brucke die kamera so ich muss das doch wieder ausmachen ja hau auf mit deiner ananas, was ist denn hier los ananas-pizza ich denke, der customer hat etwas zu holen ich denke, der customer hat etwas zu holen weg mit deiner ananas-pizza was ist denn mit der cam los ah Wie geht's, wie steht's, Teechen? Hast du einen schönen Abend gehabt? Hast du dir irgendwas Schönes gemacht oder so? Abendmau Äh, ich muss noch ein bisschen Stuff hier zumachen, vielleicht bringt das irgendwas Ich glaub's jetzt nicht, dass das irgendwas bringen könnte, aber wer weiß halt, ne? Ach, hau ab mit der Anas Pizza hier! Das Game ist gecrashed Ich ruhe mich von Arbeit aus Denn ruh dich gut aus, dann ruh dich gut aus, ja Natürlich, natürlich Äh, und, nein, Anas Pizza ist Schmutzteechen Jetzt ruck jetzt nicht mehr Mott, warte, wär auch komisch, wenn der Drucker wird, aber das ist, das ist weird Hallo? Ja, du hast die Uhr alles über ein Sub geschenkt bekommen, ja? Oooooooooooooooon Nie gut Ja? Ja, gute Boy Ach, ja, das ist frech! Ich muss... Weiß ich nicht wie, aber Das, das seh ich nicht ein, dass du hier Äh, Roboter Reinschickst die Pizza essen Nein, das ist frech Nein, das ist nicht, ich will das Ich will, ich möchte das nicht, hallo Nein, bitte Nein, ich möchte das nicht Was ist denn jetzt hier wieder? Ach, Ticken! Nein! Das ist günstiger Oh, hey, get your hands off, that's not for sale Oh, du möchtest das, hallo? Das ist mein, du kannst es nicht haben Nooo! Hör doch auf, bitte der... Nee, Anna, das Pizza ist scheiße Anna's Pizza, ich... Wer mag Anna's Pizza? Bah! Bisschen Puzzle Aber ich, es gibt keine Trommeln, die ich verkaufen kann, oder? Bodyborne, love Geht dein Text wieder da? Nee Ich bin auch heute, literally, zunächst gekommen Ich bin... Ich war arbeiten Und dann bin ich nach Hause Habe mit meinen Großeltern telefoniert Und dann habe ich einfach das Team Ja Das war mein Tag nach der Arbeit, also ich habe echt nichts geschafft, Leute Irgendwas getrogen nebenbei, ja Okay Aber Du musst mir verzeihen, ich habe relativ viel Shit immer um die Ohren Und ich habe mich ein bisschen probiert Und das hat dann noch nichts Also ich habe noch keine Idee, woran es liegen könnte Aber an sich funktioniert es technisch Aber... Warum auch mal funktioniert es nicht? Also, ah, wir können es gerne mal testen, ob es jetzt funktionieren sollte Aber ich... Das wird es ja nichts geändert haben Für die Bologen auch extra rausgenommen, glaube ich Wie ist es überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung Könnte funktionieren könnte es nicht funktionieren Ich... 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 ich habe keine Ahnung Naja, natürlich funktioniert es nicht Aber ich glaube, der Comment ging mal Ja Aber ja, an sich funktioniert es an sich Technisch Also ich höre das, wenn ich es im Browser öffne Die... die Einbindung in OBS, in das Streaming-Programm Aber wenn ich es dann in das Streaming-Programm einbinde, dann hört man es nicht mehr Und das macht keinen Sinn Weil wenn ich es so höre Dann im Streaming-Programm nicht mehr höre Ah, I don't know Ich habe es... ich habe es auf meiner To-Do-Liste draufstehen Dass ich es noch machen muss Und das bleibt auch immer noch dabei Hallo Ich habe es gar nicht ausgemacht... aufgemacht heute, Alter Ich bin Catman-Schwerd-Advent-Kalender, ich... ich kriege es aber nicht hin, ja Ähm... Aber Dankeschön, Dankeschön Alles Liebe zurück Für dich, äh... zum vierten Advent, ja Äh... ja... ja Mal... ausgestattet, keine Verzögerung Immer noch 1578 Das ist... jetzt nicht super viel Es ist ein Prozent plus, aber es ist trotzdem zu viel Äh... Wetterforschung und nächste Kopfgeldjagd-Sache Mhhh... 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 Ja, glaube ich hätte 14 noch Ich müsste ja beim nächsten Dings kriegen Ja, Dings Machen wir einfach Ich muss aufpassen, der Film, der hier läuft Der ist... nicht gut für mich Weil der... der Copyright, Alter Ich finde, ich habe da ein bisschen rumgezieht, ja Nein, keine Ahnung, das Pizza Hallo? Der war, der war schon, ja? Alright Here's the skinny You're all gonna need some major firepower If you really plan to take on Garmantous Okay What? More than we already have? Our team is mostly guns Ja Trust me, we need this Klug sent over the details on an extremely powerful Gatleon Oh shit, another Gatleon That's right Supposedly he's in possession of another G3 Officer Das ist nicht gut A scientist named Dr. John Giblitz And guess what? I can't find shit on him I don't even know where he is Okay, so what do we do? We do it the old fashioned way And ask around Maybe we find out his coordinates and warp him in I'm sending you to Blim to gather intel I don't know I'm fucking tired, kid Maybe you'll appreciate me more if you do my job Okay, Gene, alright We'll try to find him ourselves Alright Skip the portal door And just head out into Blim Oh, and before you go You might need a little extra help I went ahead and unlocked a new feature on your bounty suit Oh, what? Neues feature? Until... Detektiv mode is activated Nice! Detektiv mode! Detektiv mode! I mean, I'll help you out all those really big crazy mysteries Suddenly? With the fucking detective mode? Why haven't we had access to this the whole time? Alright, let's see It looks like you're looking for a... Dr. John Giblitz Is that correct? Oh, no Oh, no Ah, the camera leckt schon wieder, ne? Was ist denn das heute? Der Whisky-Mixer mixt den Whisky Alter, ich weiß es echt nicht, ne? Guck mal Ich hab heute keine Kamera mehr Ich muss gucken, ich muss gucken Ich hab die mal neu Ist die heiß? Wah Ach Sieht so unscharf aus, ey Sieht schon crisper aus Probier ich mir nicht angemeldet, Alter Dankeschön Noise Reduction Das bringt gar nichts Es wird einfach noch schlimmer Wir machen es einfach aus Bitte dahinter rund Ah ja, cool Cool in der Runde Cool in der Runde, ja Ne, ähm Ich glaub, irgendwas hier vielleicht noch ist Was uns jetzt hier kaputt macht Anti-Flimmer Balance Belichtung Weißabgleich Bla 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 Oh, was geht die ganze Zeit für Nachrichten hier Aber jetzt läuft die Kamera flüssig Ich versteh auch nicht ganz Was das Problem davon ist so richtig Ähm Ja, wirklich weil der Rechner jetzt die Die letzten zwei Tage durchlief Weil ich noch die Stream-Satelline gerechnet hab Weil ja so viele da waren Und jetzt hab ich gedacht Warum vielleicht jetzt da waren I don't know Das ist komisch Das ist komisch Ja Ja Oh, fantastisch Wenn das hier passieren sollte Und No Matches Found Weiß Kinder haben wir gefunden Oh, well Es ist nicht so einfach Wie soll ich anfangen Dann starten Sie die Lokale Okay Ich habe es herausgefunden Das Ding ist verwendet Danke Gene Ja, ich habe versucht Ich versuche mit dem von Plim Plim? Blit, oder? Oh, ab mit der Anna's Pizza Wirklich Ich mach gleich den Roboter raus, ja? Die Roboter-Pop, Kinder. Das ist schräg, ja? Nee. Nee, nee, Entschuldigung, ich könne einfach, ähm... Oh, das hängt so. Äh, ich könne einfach die Ananas-Pizza behandeln, ja? Ich mach die Ananas-Pizza raus, wirklich. Nee, so hier nicht, ja? Ich rieche, wundervoll, blöd. Ich komme mal am Freitag früher rein. Am Freitag, ja? Oh, shit, wir können die Kiste holen. Wir können die Kiste, äh, ein bisschen Scan, sehen, was sie macht. King of the Pranks. Everyone, go fuck yourself. It's been a little while since you used me last. I totally get it, I'm a genetic freak. I would not want to touch me either. Pranks show. I'm really bad at him, but now it's over. Nice. Ach so, alles gut hier, igen. Ring, 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 ring. Postpartale Psychosteigerung. Ich bin auch müde, muss ich sagen. Ja, ich bin auch müde. Ich will auch mit dem Team noch schnell was essen. Und werde auch ins Bett gehen. Weiß auch nicht. Ich habe zwar heute nicht so super viel Lust auf Arbeit, aber irgendwie bin ich trotzdem müde. Ich weiß auch nicht, ist komisch. Aber manchmal siebt so Tag, oh Mann. Einfach nur, Mann, nicht so, warum, warum. Ich würde mich heute einfach schlaufen. Glück, was muss ich denn morgen machen? Ah, okay. Wünsche dir auch schon Abend. Ich wünsche dir auch. Wünsche dir auch Abend, Türchen. Träume was Schönes, ja. Schlaf gut. Ich hoffe, deine... Halte dich deine Katze wach? Ich weiß. Ich hoffe, deine Katze halten dich nicht wach, ja. Und blatsche dich nicht oder so, ja. Und denn, äh... Weiß ich nicht. Träume von Anas Pizza, weil du liebst sie ja anscheinend so doll, die Anas Pizza. Nee. Ja. Ja, so einen schönen Abend. Cam ruche ich gerade nicht mehr. Ich bin erstaunt. Das habe ich anscheinend. An dem Cam-Programm, was einfach... Zeit einfach laggy wird, wenn es zu lange läuft, anscheinend. Interessant. Aber jetzt scheint es sehr besser zu laufen. Okay. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 hier, hier. äh, dies fügt dem abgefuckten Gehirn vom Creator noch ein paar Verhalten zu äh, um zu seinen äh, um zu seinen äh, um zu stärken, ob sie soweise können, sie etwas schneller die Galaktion von Feinden ah, ok nice, glaube ich kann er jetzt mich halt die Gedanken übernehmen 13 von 15 ich hab, ey, ich lag, ne am Montag stream im Bett und hab belegt, fuck wo sind denn überall jetzt Cases, die ich jetzt snacken kann noch und ich weiß, da oben ist noch einer das ist die Földsinter, wo ist die, wo ist die letzte und guck, ich glaube, ich wusste, wo alle stehen, ne und wir ihn dafür auch I don't know ich krieg schon Strafzell gerade das ist gut, ich krieg gerade keinen wo war denn das ich weiß, da oben steht eine Kisse noch okay, 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 das ist doch Ja, ich war's da. Ja, ich war's da. Ja. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Woof, they didn't know anything. That was a real D-rank interrogation. Sorry. Oh, well, maybe you could just find more people to interrogate. D-rank. Ah, yeah. Hmm, ich will mal überlegen, wo war die fucking nächste Kiste. Oh, woops. Sorry about that. Oh, was? Wah, effektiv doch. So, there's going to be ads. You love ads. This will be worth it. I promise. Das ist der Try, also der Test, wo das von... ...im Tech Difference. Ach, verdammter Mist, ey. Ich wusste doch, wo die letzten Kisten sind. Du bist doch da, Tierchen! Du bist doch da, aber die Kämpchen wird nicht mehr zurück, oder? Abschied, ja! Abschied, Tierchen! Wink, 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 wink. Und nein, ich esse keine anderen Pizza! Bah! Näh! Das kannst du vergessen, Alter, das Pizza ist scheiße! Bah! Ach, wo war denn jetzt die letzte Dreckskiste? Wirklich? Was sind zwei Kästen denn noch übrig? Das ist das große Rätsel gerade für mich. Ja, bei 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 bei! Bei 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 Tierchen! Was schaut denn da aus? Was ist hier los? Noch ein großer Midnight-Lunch. Die Store ist auch neu. Das ist Gentrification für euch. Ich weiß, es klingt, wie ich kritisch bin, aber ich bin eigentlich Pro-Gentrification. Ich liebe es. Sie sind alle Schiepel, ihr wisst. Ein paar mindless Fanboys und Drugsaddicts. Hey, was ist die Unterschiede? Komm schon, ich mache hier wirklich tolles soziales Kommentar. Spaghetti-nose. 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 Hi, I'm speaking on behalf of horny geriatrics everywhere. We're a little upset with the way that, uh, Magistrate Klug Nugman is, is trying to deal with us. Uh, he thinks it's a problem that we're all so horny and having sex all the time, and it's not a problem. It's fine. We don't like being told that what we're doing is wrong. You know, old people, we get horny. It's just part of life. We're not gonna stop having sex. We're not gonna stop being horny. That's all, that's my promise. Okay. Who does Klug think he is? But yeah, I've got wrinkly skin and I fuck all the time. I'm allowed. That's fine. So don't elect Klug Nugman. He's just trying to make me stop having sex. It's personal for him. Klug walked in on me and his daughter having really beautiful and energetic sex. More energetic than you'd expect from someone in my age. And he came in and he said, no, no, no. This can't be happening to me. Ah, ah, ah. And he went on like that for a while. And then, next, next day he went on the news and he said he's gonna stop the geriatrics from being so horny. Well, guess what Klug Nugman? We're here. We're horny. And we're old. Get over it, fucker. Welcome to pepperoni palace. Pepperoni penis. Pepperoni salesman. And we are, we, today we have a great special. Get over here. Come on. I'd rather not. I'd rather not. I'm gonna go ahead. No, get over here. Sit down. Eat the pepperonis. Come on. Eat my pepperonis. I'm Papo the peeparoni. I know they don't look like pepperonis. They're very bizarre and strange looking, but just eat it. Ah, yeah. You just have to eat it. Okay, hold on, hold on. Before you leave, let me just finish my commercial. I'm Papo. This is my pepperoni place. Ah, yeah. Eat the pepperoni. I build a huge town. This town is giant. We got buildings. We got banks. We got more banks. Oh, nice. Nice. I have a lot of banks. We ain't got people. I build a town with no one in it. What? We're offering everybody a complimentary 10 pesos to come and stand around the town to make it look like there's people here. I don't know why I built this town. I just wanted to do it. And now we got an empty town with no goddamn people issues. So come on down to my big old big town and stand around and make it look like there's people here. Cause my dad is disappointed. My dad is so disappointed in me. He saw me build this town and he said, that town's never gonna have people in it. And he was right. There's no people in this town. Please come here. I don't believe it. He's here. He just came around my town. So when I wheel my dad at his wheelchair he would say, oh wow wait. There actually are people in this town. He can't waste your life. Please come to my town. This is so weird as pods. wo wir jetzt die scheiß machen ich weiß es nicht diese alten kisten das klippt da direkt einfach raus auch nicht schlecht ich verstehe ich verstehe hier war eine kiste die hatten wir auch schon okay ich dachte ich habe eine also bis auf die da oben die eine die da hinten steht auf dem brachter aber anscheinend habe ich noch eine vergessen oder was zum feg wo alle seit wann das kann aber nicht sein sie fühlt gleich aus okay 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 verstehe ich verstehe ja ja okay ja okay okay besser luck next time let's look for somebody else okay okay he just said he likes you and he hopes you'll get him a drum yeah noch was that one i don't understand i had no idea what he said just now oh that was him he's asking if you found a drum for him yet nee nee haben wir nicht that one just was a fart that was a regular old fart son of a bitch i hope we can find this kid a drum oh 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 okay ey wo waren diese scheiß piste die letzte ich bin der mann ich wusste alle spots hab ich eine vergessen eine übersehen wo the fuck alter kann ja wohl nicht sein doch eigentlich überall geguckt hm hey uh do you mind if we have a moment of your time oh äh sure äh what's this about can i ask well sure yeah i don't really have any moral issue with accepting a bribe sounds like a win-win actually i get money you get info but uh come to think of it the g3 will kill me so uh how about no yeah okay shh hey quiet don't say his name so loud i can't help you but blordo can mention my name michael taint then you'll talk Michael taint but no cracks about my name okay i was playing snoker with blordo yeah he's really bad at it so i won a few hundred pesos it was a great night hey thanks for asking about my night pal it was nice of you you take an interest in people that's admirable uh yeah everyone knows about the g3 it's just we shouldn't be talking about him in broad daylight like this you know holy shit wow we actually got something we can use okay okay wow that was an angry interrogation good for you let's head over to blordo and mention michael taint okay 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 sorry wo die fucking kiste ist ich mir lebe das jetzt echt echt zu googlen halt ne weil ich bin mal ich wusste wo alles steht und irgendwann vergesse ich gerade ich dachte so Alter boah wo kann ich sein wir können doch gerade nicht das portal nutzen oder find mich eigentlich in die eine welt gehen und die letzte kistlos wieder mal in einem bereich komplett mit den kisten gelutet haben und geht weißt du ich geh doch was anderes machen noch gehen wir ab nach alttown nach alttown da müsste mich noch eine fucking kiss gehen endlich diese alten energiewende die auf die gehen können und eigentlich was wird es ja so dass in den wänden die wir gehen müssen auch upgrades für den gleichen typen sind wenn es charakterspezifische sachen sind halt ne wenn es in die gelbe kiste wäre natürlich geil aber ich glaube es ist keine gelbe kiste gewesen was sind grüne sondern gelbe es müsste etwas charakterspezifisches mods upgrades okay noch mal das gleiche bekommen auch nicht schlecht kann man auch machen jetzt nicht von 27 das war es jetzt doch nicht oder was was zum weg nicht doch das war es jetzt hat wir nicht hoffen von 16 hier habt schon zu verantwortlich von da muss es nicht sein was passiert jetzt was 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 im Sand wohnen? Und no? Mal gucken. Late. What the fuck? Okay. Ich weiß nicht, ob wir sonst im Erwärts nicht direkt wissen. Instant Deaths gibt oder was oder wie? What's up? Oh shit. Oh man. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, bist du scharf, scherze, danke. Oh, Power Slide! Let's do this! No, 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 fuck that, let's bounce. Das zählt einfach als Instant Death oder was? Okay, ich dachte, vielleicht ist es umgehoben, jetzt irgendeinen Pfeil mit dem Sonnenfunk hat oder was, nee. Hey, wenn du hier hingehst, bist du into the dead. Okay, ja, ich verstehe, ich verstehe. Und dann halt so. Oh, mein Gott, rude! Okay! Können wir jetzt irgendwo... Warum ich jetzt hier sitze, 27 von, ich mach's mit, können Sinn. Hm. Look at this, a power slide! Do you know what you're doing? Was ist denn das warpen? Toilette. Da fühle ich das, will ich retten. Da ist ein Toilette warpen. Da ist ein Toilette? Oh, das ist ein Toilette. Oh, das ist ein Toilette. Oh, das ist ein Toilette. Oh, big ass Shit musst du ya tun. I gotta get this turd out of me! And, stat! Alright, well I guess we are officially helping with this. klingt sehr weird und so am i you're a genius how'd you get so good at solving shit eating puzzles well they're really just pipe puzzles shit eating fuck right off uh you did it tough you did it oh man here we go you ready pal uh oh my god oh my god that's some f**k oh god i i don't want to watch door 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 oh that's the stuff people cover what the heck thank you thank you traveler bah you saved everything are you familiar with the butterfly effect the butterfly will flap its wings and years later a hurricane will brew you have no idea the consequences that you've unleashed upon the galaxy good luck good luck everyone in a game makes a choice this is one of those story games where little decisions mean big impacts later who knows what npcs will die because you let me shit into the pipes into my friend's mouth you're a real savior unless this is set into motion some kind of terrible outcome you'll never know i guess you'll have to play this again and choose not to let me shit into my friend's mouth maybe you won't hear the song oh no replayability goodbye bye guck mal guck mal es ist so ein f**k ey also hier wird es aufhören man kann es hier nicht weitermachen das ganze raus ausziehen man kann es halt lang lenken lang lenken lang lenken aber dann wird es halt hier daran scheitern und dass man es nicht weitermachen kann aber da wirklich ist alles voll mit stuhl und jetzt einfach stuhl meine güte muss ja sein geht's so gut hey calm down we don't need to shoot everybody ich hab so bezieht sich aber diese dieser pixel effekt ja dieser pixel effekt ey das ist es ist so wie es so funktioniert in dem game hier ich dachte eigentlich wie haben wir jetzt alle gesammenschütze wir geben uns an das wird sie versuchen sonst das macht gar keinen sinn ich dachte wir sind bei einem ganz anderen account die wirst du dich zu töten 0 dann ich denke die 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 dann aber am besten will ich segler nicht scharf schütze Och da oben Gute schöne Kiste Hier ist auch dead Wo ist denn noch einer jetzt? Ich stehe mir einer auf dem Radar gerade Da ist Cutie Town hinten Oh arme Cutie Town Überhaupt das sind so kleine Minisachen Die sind echt ganz funny Dangerous Sand Brows Ich habe überhaupt jetzt hier auch so viele fucking Kisten Neee, Alter ich mach so, Alter nice Dann haben wir es ja eigentlich fast alles gefunden Oder alles gefunden Vielleicht ging da irgendein Achievement dann dafür Oder sowas Heißt das Achievement? Achievement eher oder? Sag mal Achievement Aber ne Anscheinend ist das nicht der Fall Ich bin da Ich bin da Heide Bitch Hier we go fucking sandrom oh man ey oh fuck man kann es skippen aber es ist nicht so einfach is it serious because I really don't know hmm oh what the fuck 200 Pesos, nice Interessant Jetzt haben wir ein 16 von 16, Ach, in den Vorderbereich Jetzt haben wir so, hä? Okay, aber das andere zum anderen Bereich hat er so gezählt, I understand. Jetzt haben wir so einen 16 vor 16 gewonnen, es gab aber jetzt keine Archivität oder irgendwas dafür. Gut, okay es gibt noch zu viele Bereiche, für einen, wer das nicht sagen kann, ey. Diese Archivität wird auch ganz cool leuchten, ne. Ich hab jetzt gewundert, was ist das Security da hinten. Macht natürlich Sinn. Ne, wird auch nix sein, oder? Ne, der waren wir ja schon gewesen. Na, jetzt nix weiter, okay. Q-Town geht's wieder gut, was? Q-Town! Ja! Q-Ti-Hu-Bi! 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 F-Ti-Hu-Bi! Ja! Q-Ti-yorum! Das ist so lustig. Das ist so lustig. Ich werde so depressiv sein. Und ich werde sterben. Ich werde sterben. Wie sieht das aus? Ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte nicht sein. Meine Stadt ist weg. Ich weiß, dass ich dich in den Weg gebracht habe. Aber du sollte mich verstehen. Ich habe nicht gedacht, ich bin manchmal schon schuldig. Aber du bist nicht schuldig als ich. Ich sollte nicht sein. Ich möchte nicht in den Weg zum Beispiel. Ich möchte ihn wie ein großer Godzilla. Nicht für mich. 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 Ich möchte nicht alle töten. Das ist auf sie, oder? Für uns in. Ja, das ist tot. Du bist der Cutie Hoodie. Ja, ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. F***ing Cutie. Das ist immer wieder funny. Es hat die Möglichkeit, auch die Map zu begrenzen. Mit dem Sandboden. Aber an sich. Eins, was hier finden. Hier drüben. Das ist maximal Cash. Es gibt keine weiteren Sachen mit Karten oder irgendwas. Wir haben ja die Seite voll. Power Sliding. Was halt in der Mark. Connectivates. Wtf. Ich glaube, wir sind unerwartet für das Spiel gerufen, dass ich kurz nochmal nachladen musste. Maybe, oder? Der Boy ist auch weg. Nice. Ein paar von den Bällen gesammelt. Oh, look at his gold. Und Reinsportal. Wuhuuu. Die Boys & Girls. Jetzt ist das Stück so f***ing 17 Gigabyte groß. Alter. Ja. Das ist ein F***. Dieser einzige Umweg hat gesehen. Das ist ein bisschen buggy. Gut. Ich würde sagen, machen wir erstmal Cut für heute. Dankeschön an alle, die dabei waren. Dann würde ich sagen, machen wir Freitag um 18 Uhr weiter mit einem wunderbaren neuen Daten. Wait a minute. Denkt bitte dran. Ich habe Bereitschaft. Mal gucken, wie das wird. Ah, 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 no. Also, lasst uns überraschen, würde ich mal sagen, oder? Ja. Und ich muss gucken, wie ich zu Weihnachten umstrümen, ne? Äh. Mal gucken. Ja. Immer gehe ich euch, äh, Freitag eine Rückrufe geben und das noch in den Chat und Disko treiben und so, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es genau mache. Äh. Vielleicht kommen mir noch ein paar Freunde zu Besuch vor dem Lätzchen backen und so. Kann ich ja machen. Also, ich kann da bloß nur woanders hin, durch die Bereitschaft machen. Wenn wir Leute zu Besuch kommen. Mal gucken. Werden wir sehen. Ich werde euch auch noch mal informieren. Lass uns nicht ganz fest, wie alles jetzt genau wird. Also, mal gucken. Mal gucken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Boys and Girls. Ja. Macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag um 18 Uhr. Und ich hoffe, ich habe auch Zeit am Freitag um 18 Uhr. Werden wir sehen. Ah, ah, ah. I don't know. I don't know. Aber, wir lassen uns überraschen, oder? Bis dahin, auf jeden Fall. Wunderschönen Abend. Und bis, äh, Freitag. Tschüssi.